ja hallo leute herzlich willkommen bei moped sport heute eine herkules k 125 v1 military baujahr 70 die gehört dem frank aus essen der hat hinten so metallkoffer dran anstatt diese ledertaschen und vorne diese kleinen ledertaschen am sturzbügel original schwanenhals rücklicht maschine hat gelaufen 14.332 kilometer tacho zeigt immer 60 an wir werden mal startversuch unternehmen ein tritt und die military läuft schlattert vor sich hin original in olivgrün jetzt ist der kaputzeiger auch wieder unten ja schönes altes teil ja eigentlich 51 jahre alt genau baujahr 70 schöner zustand ich wünsche euch noch einen schönen tag macht's gut